Es ist so ein schöner Tag heute und ich fühle mich eigentlich so groß, warum? Weil du auf meine Schultern bist, Junge! Scheiße! Wie fühlst du dich, Bruder? Ja, ich fühle mich immer noch klein, Dicker. Nein, Mann! Du bist irre! Ich liebe diesen Typ. Wollah, ich liebe dich auch, aber ich halte dich für diese Aktion. Ja, verpiss dich jetzt! Ich liebe dich! Ey Leute, ne? Wusstet ihr eigentlich, dass Mohamed Breakdancen kann, Allah? Wusstet ihr das? Nein? Okay. Seht ihr, Mohamed? Machen wir Breakdancen-Move. Was für den Breakdancen habe ich gemacht? Mohamed, ein Move, Digga! Komm! Hau ihn raus! Okay. Watch out, Mann! He, 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 he! Hey, Mohamed! Was kannst du noch? Ich bin fertig, Bruder, jetzt bist du dracken. Bruder, ich kenn doch keinen, Bruder. Doch, du kannst. 1, 2, Bewegung, komm doch, ja, Salami, Jana! Okay, mach noch eins! Komm mal, gib mal die Kamera her. Ja, das. Gib ihm das. Sag dir mal den Islam-Hus. Ajoah! 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 Was soll das? Lauf bei mir! Lauf bei dir, Brudi!